Oh du meine Güte, ist das ein Pickel oder was ist das? Ich kotze! Da muss ich mich wieder krankschreiben lassen, von morgen bis in zwei Wochen oder so, ich schwöre. Ah, es ist noch Marmelade. Meine Güte, mir fehlt ein Stein von einem Herz. Hallo liebe Leute und herzlich willkommen bei Larissa in Style. Ich bin Larissa und das ist mein Style. Willkommen in meinem Blog oder Vlog oder Vlog, Vlog oder Vlog, Vlog. Ich weiß gar nicht genau, wie man das sagt und ich weiß auch gar nicht, was das heißt, aber ist ja auch egal. Hier zeige ich euch alles, was ich kann, was ich weiß, was ich nicht weiß, was ich nicht kann, was ich mag und was mich ausmacht auch. All das, das könnt ihr hier auf diesem Kanal sehen. Das ist dann natürlich auch für euer Liebengut. Hier zeige ich euch Ticks und Trips, Tipps und Tricks für ein schönes Outfit, geiles Styling, Make-ups, alles was in ist. Es gibt Menschen, die schminken sich nicht, aber nicht nur so gar nicht, sondern gar nicht. Die gehen so auf die Straße. Ich finde das unverantwortlich. Andere Menschen müssen sie angucken. Ich finde das respektlos, ganz ehrlich. Das Gesicht, das ist ja sozusagen mein Aushängebild. Ja, und das ist wichtig. Ich schminke mich, seitdem ich ein Baby bin, glaube ich. Ich weiß gar nicht, wann ich mich nicht geschminkt habe. Wisst ihr, was ich mich frage? Warum man schminken nicht in der Schule schon lernt? Warum brauche ich ein Erdkunde? Ich bin nicht ein Gärtner oder was? Stattdessen lernt man Mathematik. Ich finde das eigentlich unverantwortlich. Ich brauche doch Mathe nicht. Warum? Ich kann, seit ich ein Baby bin, bis drei bestimmt ziehen. Eins, zwei, drei. Und jetzt? Wenn ich zum Beispiel einkaufen gehe, ja, Sachen kaufe wie Lippenstifte, Make-up und das ganze Equipment, sag ich mal. Warum ich das doch nicht alles zusammenrechne? Weil das macht doch die Kasse. Seitdem es Computer gibt, und die gibt es ja schon seit, ich weiß nicht wie lange, aber immer schon wahrscheinlich, braucht man eigentlich keine Schule gehen, weil man kann das alles googeln. Alles, was ich wissen möchte, google ich. Schule? Ich finde das sehr fragwürdig auch. Das ist eigentlich voll übertrieben. Ich schwöre. Man kann Zeit sparen und kann sich dafür besser schminken. Und das ist das, worauf ich hinaus möchte in meinem Blog. Deswegen abonniert meinen Kanal. Hier könnt ihr all das, was ihr für ihr Leben braucht, was wirklich wichtig ist, könnt ihr von mir erfahren. Schreibt mir eure Kommentare und schreibt mir auch, was ihr wissen wollt. Ich kann euch alles zeigen, ich schwöre. Ich hoffe, es gefällt euch. Ihr freut euch auf mich und deswegen sage ich, eure Larissa in Style. Ich hoffe, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!